Ok. Konnichiwa! Konnichiwa, konnichiwa, Twitches. Ähm, Dinge passieren. Oh! Bei Uncharted 4, übrigens. Hätte ja jetzt sonst keiner gewusst, wenn ich's nicht gesagt hätte. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Tja. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß. Warte mal weiter flussaufwärts, aber hier geht's ja in der Zeit. Ah, hier. Jawoll. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Huaaaah. Hier, jetzt. Okay. Okay. Sehen wir uns um. Ach nee. Moment. Wir müssen nochmal umparken, Schatz. Ey, jetzt nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Okay. Ich krieg den da wieder raus. Hallo. 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 Ich hab halt die Skills, man. Und den Style und das Geld. Da geht doch garantiert nicht. Jetzt geht es doch gar nicht Blatton aus. Stefan. Wollen sie vielleicht auch mal aussteigen, Madame? Oder ist es ihnen zu nass auf unserem Parkplatz? Alter, wir sind gerade durch einen Wasserfall. Sowas aber auch. Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Okay, das kann ich... Wie soll ich das denn wegreißen? Haben wir eine Winde an der Karre? Schatzi, komm mal mit dem Wagen her. Also bis gerade eben mochte ich dich echt, aber jetzt bist du irgendwie vorwiegend nutzlos und das nervt mich ein bisschen. So. Ey, die hat sich echt vor dem Wasser geziert, glaubst du's? Nee, jetzt ist fertig. Was, was? Okay. Und jetzt? Jetzt komm ich hoch. Danke. Mhm. Mhm. Alter! Berge! Wahnsinn! Und ein Schatz! Was haben wir denn da? Eine Servierschale aus Jade. Ja, hier so da so, hin so. Weil dann so, ja so, ne? Weil dann so kannst du hier so hoch, so. So. Äh. Fenster. Oh, shit. Ich brauch deinen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Ups, falsche Taste. Oh, wie gut, dass halt auch noch so, so, ne? Schlitze in die Wand reißt, wenn man das so im Sprung macht. Details! Ich mag die Details. Ja! Jetzt ich! Oh, shit! Oh, shit! Okay. Sitzt du da nicht oben? Kann das nicht. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Los geht's. Tschüss! Yeah! Moin, Frank. Nö, nö, hast nix verpasst. Übelster Plotquist ist passiert. Oh, shit! Alter! Hi! Oh, nö. Voll hin vorgeschossen. Weh, der lebt noch. Nee! Was ist das jetzt euer Ernst? Ich hasse mich für diese Idee. Ich hasse mich für diese Idee. Nee, ich hasse mich! Oh, Gott! Die schießen von überall! Wart auf! Vielen Dank! Ich habe dich verpasst. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Und es hat natürlich kein Loch da reingerissen, so ein Quatsch. Das war's? Shit! Blazen, klettern! Goddammit! Ohhhh... Mann! Helena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto hat ein paar Löcher. Weißt du was? Was machst du denn? Sorry, aber die musste ich dringend loswerden. Hing da einer dran, den sie weggeboxt hat, oder was ist los? Au, 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 au. Cheater! Cheater! Schlaf, bitte. Ja, moin! Alter! Ist jetzt Ruhe, bitte? Das wird's doch nicht gewesen sein. Scheiße. Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Was, was soll ich denn tun? Alter, kletter doch ums Eck. Vollidiot. Ja. Nate, spring zu den Klippen. Die Position ist besser. Alter. Ja. Ums Eck. Nate. Ja, gut. Spring zu den Klippen. Spring. Das macht Mut. Zu den... Warum springt der denn nicht zu den Klippen? Ich krieg' nen Rappel langsam mit ihm. Fuck. Ist die dabei auch noch schießen müssen? Das ist voll nicht cool. So, und jetzt? Hallo? Nate? Was machst du? Nein. Mann. Warum macht der denn nicht, was ich sage? Nein, nicht runter! Ah! Der Aufzug! Oh mein Gott. Nate! Oh mein Gott. Hier kommt der Dummdebdebde, 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 Dummdebdebde. Da, na, na, na. Ho vict neu so. меньше bevorstehe, climate рокbar vor детisten B leer. Ho not credit. Oh mein Gott, das tut Dir aber diesen B except Fine. Oh mein Gott, lass ihn eins her sind. Wie komm ich denn da hoch wieder, jetzt, ohne den Fahrstuhl? Ne, Neid, Neid, warum bist du Suizidal? Guten Morgen, Xenu. Wo kommt das Ding jetzt auf einmal her? Ja, er sagt's noch. Okay. Ich bin ja schon da. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Nicht die Klippe runter. Ähm, waren wir hier nicht? Das kommt mir so bekannt vor. Neid war immer schon suizidal. Ja. Ja. Bye. Hier geht's. Ähm. Ähm. Ne. Ach, so. Ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Aber wo muss ich denn hin? Wo bin ich überhaupt? Geht's hier weiter? Oder kam ich da her? Ja. Ich bin irgendwie... Ich hab's nicht. Ich fahr einfach mal da lang. Ja. Doch, das sieht irgendwie... Ja, dann da alles aus. Fahren wir durch Schleusentor. Meinst du, das ist ne gute Idee? Okay. Aber wie wollen wir denn da durchfahren? Elena, du bist witzig. Willst du hier jetzt wieder nicht aussteigen, weil's so nass ist? Kann ich irgendwas tun? Ich glaub nicht, dass man da durchfahren kann. Elena? Bist du ne schlauere Idee vielleicht? Nein, das ist ein Mann, der braucht keine Pause. Jetzt kommt erst mal das Geröll da raus. Ja, Nate. Das klappt nicht. Ist blockiert. Habe ich doch gesagt. Okay, ich versuch das andere. Ich hab's ja auch geahnt. Ich hab's ja auch geahnt. Ich bin gut gemacht. Klatsch. So, und jetzt? Oh nee, jetzt muss ich aber über die Brücke springen. Was ist los? Nee. Und jetzt? Okay, das heißt, wir müssen irgendwie raufkommen auf den Hübeln, aber wie sollen wir das denn machen? Wie kommen wir da rüber? Ich weiß nicht! Hier vielleicht. Hey, vielleicht kommen wir da hoch. Hey! Wuuu! Jetzt hat der Brücke noch schön den Rest gegeben. Alter! Wer baut denn hier die Straßen? Und wir sind oben. Ja. Und jetzt? Ups! So, wir könnten da jetzt klettern. Können uns aber auch lassen. Wir stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Bis jetzt waren es zwei von zwei. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Was ist denn der Aufzug? Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Äh. Okay. Hey, kannst du mir helfen? Hä? Muckis! Moin Dichchen! Na ja, wisst ihr, wir machen schon neun Stunden. Ich halte es hoch. Hol den Wagen! Ist das hier schon der Aufzug? Ist das hier schon der Aufzug? Ist das hier schon der Aufzug? Das ist ja praktisch. Oh Gott! Muck. Muck. Okay. Wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Berge. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaften. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Ja. Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelöbte. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Ich bin schon da. Klar. Okay. Guck. Mhm. Hm. Hm. Okay. Oh, die Musik. Jetzt passiert doch gleich irgendwas Schlimmes, oder? Das ist grad viel zu idyllisch. Okay. Okay. Es gab ein paar Probleme. Aber so weit, so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufen, okay? Wir versuchen es. Over and out. Äh. Alter. Die Matschepompe sah aus wie Blut. Wir kommen jetzt hier. Yeah. Okay. Wir müssen über die Brücke rüber. Hm. Gas! 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 Oh Gott! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Guck doch nicht immer nach unten! Oh Gott! Oh Gott! Tja. Tja. Ja. Komm! Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Was haben wir beide? Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich, ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang. Ratifaz. Okay. Hier. Knuddeln. Ich werde gerade irgendwie voll müde. Wieso spielt man denn Uncharted viermal durch? Wieso spielt man denn Uncharted viermal durch? Ja. Wieso spielt man denn Uncharted viermal durch? Drei Mal. Überhaupt. Nähermals hintereinander. Ja. Das wäre übel gewesen. Ach, dann erstmal schön auf die falsche Seite. actually. Also wirklich super. Die Idee. Also. Wie kommen wir da hoch? Klettern. Ey! Ja ne, du brauchst mir jetzt nicht hinterher kommen. Das war einfach nur doof. So. Also, wie kommen wir da hoch? Was gefunden? Nein. Doch. So. Und dann hier. Nein! Puh! Ja, geh hoch. Sorry, Vogel. Verdammt. Warum klappt das nicht so, wie ich mir das denke? Ich finde ihn nicht okay. Finde ich gar nicht okay. Hop. Zack. 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 Ja, und du hängst da rum und guckst doof. Du bist keine Hilfe, Elena. So. War das jetzt einfach nur doof gelaufen? Oder geht das einfach gar nicht? Warten wir mal, was Elena sagt. Ach. Geht's ja auch noch rauf. Sollte ab und zu mal mehr nach oben schauen. Hui. So. Und jetzt. Alles gut. Profi. Wenn ich was in... Fuck. Wenn ich was in Schottland gelernt hab, dann rutschen. Oh. Äh. Okay. Dö, 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 dün, dö, 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 dö. Hallo? Oh, einer. Moin, sehr auch cool. Texte. Für YouTube. Nicht für mich. Weil ich lesefaul bin. Und das alles sowieso nur bla bla uraltes Geschichtsgelaber bla bla ist. Ui. So, warte. Wo sind wir jetzt hergekommen? Wo müssen wir hin? Okay, ich mach an der Stelle mal kurzen Cut für YouTube rein, weil ich will meine Pizza auch essen. Liebe YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Böse und tödödödöd.